Hoffnungsvolle Finsternis, so heißt ein Film, der zurzeit über Otto Neururer gedreht wird. Unter den Schauspielern sind Größen wie Karl Merkatz oder Juliak Schnitzer. In der Titelrolle der Tiroler Schauspieler Lukas Zolga. Die Nazis sind gottlos, so was dürfen sie nicht mehr sagen. Das Dokudrama zeigt Leben und Sterben des Götzner Pfarrers Otto Neururer, der wegen seiner nazikritischen Haltung grausam ermordet wurde. Es wird also auch gezeigt, wie Otto Neururer überhaupt in diese Situation gekommen ist, dass er ins KZ depotiert wurde und dort letztendlich auch ermordet wurde. Aber das Wichtigste ist glaube ich insgesamt, dass es da eine ganz wichtige Nachricht gibt. Und Otto Neururers Nachricht ist die der Gewaltlosigkeit. Letztendlich siegt seine Gewaltlosigkeit über das Schreckensregime. Der Film soll 2018 ins Kino kommen und bei internationalen Filmfestivals gezeigt werden. Der Film. Der Film.